Moin Giorno und willkommen zu einem neuen Video. Meine neue Route ist da und wer vielleicht mein letztes Video über die Daiwa Tatula TW 300 HL gesehen hat, der weiß worauf sich diese spezialisiert. Den Hersteller sehen wir hier allerdings schon. Ich hatte nämlich noch einen 200 Euro Gutschein und daher habe ich bei diesem Hersteller bestellt. Hier befindet sich natürlich jetzt nicht die Route drin, sondern eine Tasche, die ich mir dazu bestellt habe und die Zeit der Codes wie Yoshi, Viktor oder Angeln like a Boss ist vorbei und dadurch sieht man auch gar nicht mehr vorab, was man als Beigebsel so dazu bekommt. Der Karton ist ziemlich groß, aber dafür können wir gleich umso tiefer reinschauen. Das ist natürlich eine blöde Kameraperspektive, aber der kommt man schnell weg. So, das sehen wir hier schon. Ein kleines Dankeschön für dich. Vielen lieben Dank für deine Bestellung bei uns im Onlineshop. Nur durch Leute wie dich können wir die Marke ZEC weiter vorantreiben. Viel Spaß mit unserem kleinen Dankeschön und alle Zeit Petri Heil. Okay, ein paar kleine Dudes. Vielen Dank. Hier werden wahrscheinlich Aufkleber mit drin sein. Jo, dem ist so. Auch mit den neuen Motiven hier. Der Waller, Edward. Davon haben wir genug. Und einen Finch-Aufkleber. So. Das hier ist das Futterral und jetzt ändern wir mal die Kameraperspektive und dann sehen wir auch ein bisschen mehr. So, ich habe sie gerade mal ausgepackt hier. Das ist schönes Stück. Schön dezent und nicht so aufdringlich. So wie die alte. Doch kommen wir jetzt mal zum wesentlichen Teil. Und zwar ist es die Final Boss geworden. Die Route kommt in einer Neopren-Schutzhülle. Ich hole sie jetzt das erste Mal raus. Hier haben wir das zweigeteilte Handstück. Immer wieder schön. Das erste Mal eine neue Angel in der Hand zu halten. Der Hookkeeper ist auch schon dran. Da war ich mir jetzt gar nicht so sicher. Wollte mir schon fast einen neuen kaufen. Aber wie wir sehen können ist der hier auch schon dran montiert. So, ich packe kurz das Handstück aus. Lässt sich wirklich sehr schön anfassen. Gefällt auch optisch. Erinnert ein bisschen hier wieder an die Cherrystick mit den farblichen Konturen hier. Ich werde mir als allererstes mal meine Baitcaster hier drauf montieren. Hier müssen wir richtig fest zuziehen. Wir haben auch zwei Punkte wo wir die Baitcaster hier fixieren können. Wir haben zwei verschiedene Stellstrauben und das sollte jetzt richtig fest sein. Ja. Gut, dann stecken wir doch mal das Teil drauf. Und fertig ist der Schuh. Testen wir mal die Aktion. Ja, damit kann man einen richtig ordentlichen Anhieb setzen. Das wird Spaß machen. Ich kann jetzt schon sagen, dass die Route in Kombination mit der Rolle ein wenig kopflastig ist. Doch das stört mich jetzt nicht. Bei den Gewichten, die man damit schmeißt, wie zum Beispiel hier so einem Oshii. Hier dem Rapala. Super Shadow Wrap. Der hat ein Gewicht von, na wo haben wir es stehen? Steht nicht drauf doch. Warum was denn? Ach da oben. 77 Gramm beispielsweise. Oder auch hier aus der Beta Fishing Box sind die beiden Köder, glaube ich, gewesen. Hier haben wir den Duckfin Life Shed 20 Zentimeter in 64 Gramm. Oder solche ganz speziellen Köder hier, den DAT Tiny Clash. Aber auch mein Deeper hier, der braucht auch schon ein bisschen anspruchsvollere Routen. Das Wurfgewicht dieser Route beträgt 60 bis 220 Gramm. Hier sehen wir es nochmal. Und auf der anderen Seite sehen wir hier die Final Boss Cast, also das Spade Cast Modell in 236 Zentimetern. Und für Köder bis 220 Gramm Wurfgewicht. Hookkeeper ist auch dran. Schöne Verarbeitung. Kann man echt nicht meckern. Was ich mir bei dieser Route vielleicht noch gewünscht hätte, ist das Endstück dieses Handteils hier. Also super schick ist es ja. Allerdings habe ich das gesehen bei der Bullseise Dentist. Die hätte ich mir nämlich auch fast gekauft. Da haben wir den Vorteil, dass wir hier noch verschiedene Gewichte heranschrauben können. An das Ende dieser, beziehungsweise am Anfang der Route. So dass wir auch die Rolle hier richtig schön mit dem Kopf der Route richtig schön ausbalancieren können. Dass wir keine Kopflastigkeit hier haben. Und ich weiß nicht, ob das patentiert ist und nur Bullseiders verwenden darf und das erfunden hat. Auf jeden Fall hatten wir verschiedene Gewichte dort an der Rutenspitze. Und man konnte zusätzliche Ringe noch raufschrauben als Gewicht. Um halt das Gewicht dieser Route wirklich perfektionieren zu können. Aber kann auch sein, dass das Bullsei vorbehalten ist. Ansonsten ist das denke ich eine Anregung für die Zukunft dann. Ich habe Ende diesen Monats noch eine Woche frei. Und dann freue ich mich, dieses Stück tatsächlich am Wasser mal ordentlich auszuprobieren. Wenn ihr Fragen zur Route oder zur Rolle habt, schreibt mich gerne an. Gerne auch über Instagram, wie es euch beliebt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und lasst mir doch vielleicht ein Abo da. Bis bald. Ciao. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.